Hallo, heute werde ich eine spannende Massage geben und zwar diesen Massageball hier und dieser kleine gelbe Massageball kann sehr effektiv sein bei einer Massage. Aber zunächst nehme ich die Bürste und streiche mit dieser durchs Haar. Das ist eine ganz normale Holzbürste, einfach um erstmal die Knoten zu befreien, aus dem Haar zu holen. Und ich nehme immer auch meine andere Hand dazu als Stütze und gehe erst einmal ganz vorsichtig durch die Haare. Versuche sie vom Knoten zu befreien und vorzubereiten für die Massage mit dem Massageball. Ich nehme wieder meine andere Hand dazu und umfasse damit den Hals, um dem Massagegast etwas Stabilität zu geben. Während ich mit nun etwas festerem Druck durch die Haarstreife mit der Bürste, einfach um wirklich alle Haare von Knoten zu befreien. Und später mit dem Massageball besser durchzukommen. Und ich versuche wirklich alle Haare zu erreichen, also über den ganzen Kopf zu streichen. Auch hier die rechte Seite nehme ich mit, die linke Seite und insbesondere auch mit ganz langen Ausstreichungen über die Haare zu fahren, da das sehr entspannend sein kann. Und meine Hand nehme ich nun auch dazu, gehe mit den Händen durch die Haare. Und jetzt nehme ich hier den Massageball zur Hilfe und gehe ganz vorsichtig über die Haare und die Schulter. Bei der Schulter kann man ruhig mit ein bisschen mehr Druck arbeiten. Aber am Kopf sollte man das besser nicht machen. Der Gegendruck, den der Massagegast dann geben müsste, wäre auch zu hoch. Und am besten ganz sanft am Kopf und unten bei den Schultern und im Nackenbereich mit etwas mehr Druck arbeiten. Und einfach so in kreisenden Bewegungen die Schultern massieren. Oben bei den Haaren natürlich nicht, damit sie nicht verknoten. Und schön wieder alle Haare mitnehmen, gehe von rechts nach links vor und beide Schultern auch mit schön viel Druck massieren. Ich nehme auch meine Hände immer wieder als Hilfe hinzu und massiere mit dem Massageball nun die rechte Schulter. Es ist wirklich angenehm, dass man dafür nur eine Hand braucht zum direkten Massieren. So kann man richtig schön auch den Druck ausüben auf den Massageball, der sich dann eben überträgt auf die Muskulatur. Und das ist eine Massage, die besonders gut geeignet ist für Menschen, die viel im Büro arbeiten, die einfach da oben die Muskulatur sehr verspannt haben. Und in diesem kleinen Massageball kann man diese Verspannung sehr gut lösen. Das ist auch als Selbstmassage sehr gut geeignet. Nun gehe ich dichter am Nacken vor und gehe mit dem Bein rein in die Haut, kreisende Bewegungen. Zwischendurch nehme ich auch mal den Kopf wieder mit und bin da natürlich ganz vorsichtig. Gehe aber auch so ein bisschen schlingernd über den Kopf diesmal, um auch wirklich alle Stellen mitzunehmen und etwas Variabilität einzubringen. Ich löse mich mit den Händen noch immer ab, je nachdem welche Seite ich gerade massiere, darüber streiche. Jetzt mache ich jetzt ein paar Ausstreichbewegungen am Nacken. Was man hier am Nacken auch wunderbar machen kann, ist etwas Massageöl zu nutzen, dass eben danach nicht so diese roten kleinen Flecken bleiben von diesem Igelbein. Und die Haut nicht so beansprucht ist. Und ich nehme etwas Massageöl auf meine Hände. Und streiche dann ganz vorsichtig über den Nacken. Und streiche dann ganz vorsichtig über den Nacken. Ich gebe dann noch hier den Schultern eine kleine Massage mit meinen Händen und Fingern. Das ist natürlich auch immer sehr schön, wenn man dadurch im Gegensatz zum Massageball die Muskulatur, die einzelnen Muskeln wirklich auch fühlen kann. Und dadurch einfach nochmal mehr merkt, wo Verspannungen sind. Und so gebe ich jetzt eine richtig schöne, intensive Schultermassage mit den Händen. Gehe auch richtig immer schön mit dem Daumen rein, mit den Fingern rein. Immer mal beide Finger, beide Hände auf eine Seite. Wechsel zur anderen Seite. Und richtig schön mit Druck die ganzen Schultern massieren und ausstreichen. Nun nehme ich wieder den Massageball dazu. Gehe noch einmal über die Stellen rüber, die ich eben mit den Händen massiert habe. Einer Seite zur anderen. Nehme jetzt auch den Nacken dazu. Das Massageöl ist inzwischen schon ganz gut eingezogen. Es ist also nicht mehr zu viel drauf. Und nehme nochmal den Kopf dazu, streiche über den Kopf ganz sanft den Händen nochmal rüber. Und verabschiede mich so langsam von meinem Massagegast.